Herzlich willkommen zum Tutorial Ausprägungsbilder festlegen. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie Ausprägungsbilder festlegen können, die im Konfigurationsformular angezeigt werden. Die Ausprägungsbilder können sowohl als sprachabhängig als auch als sprachunabhängig festgelegt werden. Um Ihnen zu zeigen, wo sich die Ausprägungsbilder befinden, öffne ich mSales. Im Konfigurationsformular sehen wir die Ausprägungsbilder an den jeweiligen Ausprägungen. Die Ausprägungsbilder können sprachabhängig festgelegt werden. Das heißt, für jede Sprache kann ich ein individuelles Ausprägungsbild festlegen. Wenn ich das nicht möchte, kann ich das Ausprägungsbild auch sprachunabhängig verwenden und somit ein Ausprägungsbild für alle Sprachen festlegen. Wie Sie die Ausprägungsbilder festlegen, erkläre ich Ihnen in diesem Tutorial. Um Ausprägungsbilder festzulegen, wechsle ich zu M-Model. Ich öffne eine Übersetzungstabelle. Falls in Ihrem Arbeitsbereich noch keine Übersetzungstabelle existiert, erstellen Sie zuerst eine Übersetzungstabelle. Aus der Merkmalstruktur ziehe ich die Ausprägung Stoffbezug in die Übersetzungstabelle. Dann filtere ich nach Bild und suche die Ausprägung in der Übersetzungstabelle. In der Spalte Deutsch klicke ich in der Zeile des Stoffbezugs in die Zelle. Ich wähle das Bild Stoffbezug und bestätige meine Wahl mit einem Klick auf OK. Wenn Ihr ausgewähltes Bild beispielsweise eine Beschriftung enthält oder kulturell geprägt ist, können Sie für jede weitere Zielsprache ein individuelles Ausprägungsbild festlegen. Wenn Sie das Bild nur in einer Sprache anzeigen lassen wollen, wählen Sie in der Spalte Lehre Einträge die Option Nicht verwenden. In den anderen Zielsprachen wird der Ausprägung dann kein Bild angehängt. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie beispielsweise nur in bestimmten Sprachen Ausprägungsbilder anzeigen lassen möchten. Da mein ausgewähltes Bild sprachunabhängig ist und ich das in jeder verfügbaren Zielsprache anzeigen möchte, wähle ich in der Spalte Lehre Einträge die Option Durch Ausgangssprache ersetzen. So wird das Ausprägungsbild im Konfigurationsformular in jeder Zielsprache angezeigt. Schauen wir uns die Auswirkungen der Optionen in M-Sales genauer an. Ich habe im Konfigurationsformular die Sprache Deutsch gewählt. Wenn ich auf die Sitzbezüge klicke, wird das Ausprägungsbild angezeigt, das ich für den Stoffbezug festgelegt habe. Wenn ich nun das Konfigurationsformular auf Englisch umstelle und wieder auf Sitzbezüge klicke, können wir sehen, dass dasselbe Ausprägungsbild angezeigt wird wie im deutschen Konfigurationsformular. Die Ausprägungsbilder sind nicht sprachabhängig und werden sprachübergreifend verwendet. Ich starte erneut eine Konfiguration. Wenn ich das Konfigurationsformular auf Englisch umstelle und wieder auf die Sitzbezüge klicke, können wir diesmal sehen, dass kein Ausprägungsbild zu sehen ist. Wenn ich ein Ausprägungsbild im englischen Konfigurationsformular anzeigen möchte, muss ich in der Übersetzungstabelle für die Sprache Englisch explizit ein Ausprägungsbild festlegen. Und somit sind wir schon am Ende des Tutorials angelangt. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter www.hilfe.cas-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Festlegen Ihrer Ausprägungsbilder. Bis zum nächsten Tutorial.